Und der Itemshop, Freunde, einmal zurückgesetzt. Ist heute gratis drin oder wer ist heute in the shop? Wir werden jetzt mal nach ganz oben scrollen und natürlich einmal, ihr seht's, Azuki. Azuki hat die neue Variante bekommen, wie ihr sehen könnt, ne? Das ist Azuki in der normalen Variante und wenn ich immer auf den Skin klicke, hatte sie ja schon einige. Und diese ist mit dieser, äh, mit der heute diese Woche kam ja ein Update und da kam diese Variante rein. Und deswegen ist der Skin wieder zurück, könnt ihr euch kaufen mit der neuen Variante. Dann einmal natürlich noch diese Osterskins, für Ostern passend, so ist dann, ob Oster-Items wie der Ostereierwerfer kommen, müssen wir mal gucken. Momentan fehlen noch die Eventflags. Ähm, hier noch ein paar Ostersachen, Skins und Emote, Freunde. Hier auch nochmal Ostersachen, genauso wie hier der Hopper und so, ne? Dann Wegbereiter, hier einmal dieser doppeltes Spiel. Ähm, hier weiblicher Raptor. Einmal hier Clockstar. Und dieser Skin mit seinem, ähm, ja, Erntewerkzeug, Schrägstrich, Spitzhack, je nachdem, ne? Dann Clockshadow, einmal der hier mit der Sturmtrupperin, Kältekriegerin und einmal, keine Ahnung, und Oberpeinlich als Emote. Super. Kuschel-Team, äh, komplettes Kuschel-Bundle mal wieder drin, war ja auch drin, schon vor ein paar Tagen erst oder vor Wochen. Ähm, Goldkönig, also Midas natürlich, äh, ist immer noch drin im ganzen Bundle. Hab ich mir gegönnt, sorry für die ganzen Störgeräusche, hab ich mir gegönnt, Freunde. Könnt ihr euch auch gönnen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, Aurelia und Aurum, ne? Es kommt ja auch noch der rote Oro-Skin jetzt rein, also der in rote ein bisschen umdesignt. Ähm, ist mit diesem Update ins Game reingekommen und wird irgendwann bald veröffentlicht. Und das sind die, die sind auch da. Zeig's euch einmal. Äh, das Wörtsch-Paket mit Spitzhacke und Geleiter. Dann der Typ, ja, er heißt wirklich so, er heißt der Typ. Ähm, dann einmal Strandbomberin mit ihrem Set. Und zusätzlich hier einmal komplette neue Jam-Songs. Wie ihr seht, hier zum Beispiel Sucker oder Move-Like-Jagger und alle könnt ihr euch gönnen, ne? Und ganz viele verschiedene andere Songs. Auch Lady Gaga-Freunde ist immer noch da. Die ganzen Instrumente noch. Auch hier die Football-Skins in männlich und auch in weiblich sind noch da. Dann die Nike-Skins. Also hier einmal der weibliche und der männliche mit dem Emote. Und dann auch die Spitzhacke. Jetzt hier für den Lego-Modus auch noch da. Hier Charlius Maximus auch immer noch mit seinem Bundle. Auch die Ramadan-Skins noch. McLaren ist noch da. Das Auto ist noch da. Auch die Reifen und hier das. Das ändert sich eigentlich nicht. Deswegen gehe ich da ein bisschen schneller durch Festival-Pass. Ähm, Battle-Pass-Sternen, ne? Fortnite-Crew. Ähm, am Montag ganz, ganz wichtig kann ich hier noch sagen. Am Montag kommt Ares, ne? Ähm, dann hier einmal die beiden Bundles. Einmal das Lego-Bundle. Und das war der Shop. Also Azuki oder wie der heißt. Der Fuchskin ist nochmal neu drinne. Wegen der neuen Variante. Kratos, falls ihr euch fragt, wann jetzt endlich Kratos kommt. Er kommt die Tage irgendwann mal in den Shop. Bin ich darauf gespannt. Lasst gerne einen Like. Und da wird das was gewesen. Haut rein. Euer Schmähle und ciao. Ciao.